und damit willkommen zurück zu einer neuen folge check the lines 2 im chaos ja ich hab's getan ich habe alle geheilt und ja so gut wie alles wieder repariert sind auch nur 5 6 stunden vergangen also ging ich relativ fix alles und ja der wechsel red ist da und alle hitmen ist jetzt weg red hat auch exakt gleich alles übernommen von ihm was er hat liegen lassen ja in der zwischenzeit der sektor wo ich jetzt hier gerade bin der wurde von feinden schon wieder übernommen das waren aber nur sechs oder sieben gerade ich habe jetzt mal nebenbei noch zwischen der folge schnell erledigt war relativ schnell deswegen seht ihr auch alle haben wir hier ein paar schüsse noch verbraten kann ich gleich mal nachladen und die zweite sache ja es war absehbar aber die nordländische raketenbasis ist eingenommen worden unsere truppen haben sich tapfer gehalten und haben aber sowas von versagt ich glaube ein haben sie getötet von 20 naja es war ein trauriges trauriges ereignis naja vielleicht wenn ich mal lust und laune habe gehe ich noch mal vorbei und hol mir das partial refund applied to account ja antivirus check fehlgeschlagen schade die os 9 antivirus automatisch was interessiert mich nicht klasse e mail ich glaube wir haben ein bisschen geld zurückbekommen als hitman quasi wieder heil zurückgekommen ist ins in die am familie oder am familie können wir gucken kann man den jetzt rekrutieren wo ist er denn hitman 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 da ist er on a sign okay das hätte mich jetzt nämlich gewundert wäre der nämlich nicht on a sign also quasi unterwegs weil er hat uns ja eigentlich gesagt dass er keine zeit hat na gut hat er glück gehabt der gute mann sein glück passende sortiert preis descending okay ich weiß gar nicht ob die hier immer noch weiter aufsteigen also bei check 2 1 2 war es so dass wenn die erfahrungsstufen sammeln wird er das gehalt oder der sollte auch erhöht und dann steigen die in der liste mal auf sich mal darauf achten muss red red ist da gucken wir mal 24 6 8 16 24 auf platz 30 momentan kann einfach mal gucken werner sich denn verbessern sollte erfahrungsstufe dafür naja gut sollte ein bisschen dauern hier tors kurz davor und auch frau raven ok gucken wir jetzt einfach weit vor einfach nur so interessen halber mr dor kaufmann ist dort auf platz 27 ok werken 27 habe ich exakt jetzt schon wieder vergessen so wir gehen weiter nach westen wir machen hier so eine kleine schlange im außenraum und am ende kämpfen wir um den sektor weil ich habe so die blöde befürchtung wenn wir jetzt hier reingehen kommen wieder unterstützung von dort und von dort deswegen war ich erst mal außen um alles ja und los geht's q1 dracke wir fangen hier an ja zeit den müll rauszubringen guten tag so einmal kurz die speicherung machen und dann legen wir mal los jeder sieht ihn jeder könnte ihn töten ich bin mit text auch sehr zufrieden jetzt muss ich sagen der hat sich gemacht der mann zack doch da ist einer so wir verteilen uns erst mal ein bisschen ich sollte erst laufen mich dann hin hocken aber auch weniger apis und red geht dahin so haben wir uns positioniert ich weiß gar nicht wo noch mal schießen aber wir müssen eh nachladen ok hab feindkontakt der steht wieder auf ich hoffe der macht nicht mehr all zu viel gut der stürzt sich direkt in den tod ja und der bleibt liegen dann minus 1 fantastisch bei dem hoffe ich dass er gleich wieder sich zeigt und wie die unterbrechung bekommen ok 50% waren richtig so text hat er schon mal angeschossen kann auch weitermachen so herr kolbi hab dich du hundswort hat's bumm gemacht ja auch wenn ich mir die leistung angucke wir haben noch nicht alle erledigt immer schön im hinterkopf behalten ich hoffe auf sechs gegner also nur noch vier was haben wir denn hier wenn ich mir die liste an kieke was haben wir denn hier beste charakter in dem spiel also zumindest was sie was die sprachdatei betrifft so raven muss die noch mal aussehen absolut ach so ja da wieder das typische nachladen ach dieser blöde berunden der war ein bisschen aufgeregt wieder so fantastisch ich hoffe nur noch drei ja es geht auf jeden fall mega schnell ja könnte auch wieder daran liegen dass alle gegner sich nicht mehr bewegen sondern einfach nur in ihren das war relativ nah das war auch eine stahltür was kann das sein äh dass sie genau das sieht dann irgendwo rumstehen mit dem töten beginnen wow das ist gut in der hat ich wusste ich bin besser geworden ja ja experience so sehr schön ich habe mir gemerkt 27 ja äh machen wir nach dem sektor müsste eigentlich auch gleich so weit sein dass wir durch sind da sind die gangster ich sehe sie unterbrecher sehr gut kalle kalle ist übrigens der einzige der nicht so weit schießen kann also ich meine es ändert nichts dass er trifft aber theoretisch ist er außerhalb der effektiven Reichweite ja kurz vom strand gekommen und gleich erschossen das ende eines badeausflugs weiter geht's na komm gehen wir hier mal am strand lang sehr schön so einen strand möchte ich mal sehen der hier mit so einem extravaganten liegen ausgestattet ist aber ich glaube dass es gibt kein anderes design von liegen das ist ungünstig für ihn äh tut er ah nee ich hoffe nochmal sicher so ich hoffe das war's schon aaaah bist einen gibt's noch wir haben noch nicht alle erledigt immer schön im hinterkopf behalten schade da ist wieder eine tür aufgegangen aber so kurz mal alles sammeln und weiter geht's also einer noch raven bekommt noch einen punkt Heilung äh Gesundheit Heilung ach muss ich jetzt hier wirklich noch in die Häuser rein für den letzten Typen gehen wir jetzt mal nur so schnurstracks die Straßen ab hier haben wir gleich mal eine Apotheke sehr schön ach okay das einzige wo ich noch nicht war ist hier hinten sonst muss ich wirklich in den Häuserkampf ja also Tor wird hundertprozentig eingeholt er ist so langsam im schleichen gehen wir hier gucken oder Tor nicht dass er hier im Innenhof ist ne auch gerade bekommt ein Punkt Gesundheit wer läuft denn hier Tex läuft vor aber auch hier scheint niemand mehr zu sein herrlich ich freu mich so ne Quatsch Tor ist natürlich genau der Verkehr das war Ernie geht mal hier hin Trevor fängt mal hier an Tex geht mal hier hin Raven 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 würde ich eigentlich gar nicht mehr Big Kabui Waiting to happen Papa Big Kabui Da ist er Raven bleibt hier und Kralle geht mal hier gucken So Was ist das denn hier für eine Praxis Hallo Okay Ah Wieso kann ich die Tür nicht Ich komme an die Tür nicht ran Okay Hallo Ach der hat keine Ausdauer Ja So Er mal bitte aufstehen Danke So Hier war Big Kabui Hier kommen wir aber auch generell nicht weiter Alright Dann Probiert sich Tex hier mal aus Hier ist auch nichts Oh Hier sind so Umkleide Kabinen Oh Wenn der jetzt hier irgendwo rum Hat Das wäre schön Naja Ich habe übrigens auch noch nicht rausgefunden Um mal kurz auf die letzte Folge zurückzukommen Dieser Ich höre ein Geräusch Kannst nicht identifizieren Ich weiß gar nicht ob er Nickies Der Typ der mit uns kurz gequatscht hat Bevor wir ihn erschossen haben Ähm Das wollte ich auch noch mal kurz nachgucken In unserem Laptop Ob das einer war Ich hoffe meine Ohren funken mir was vor Auf den Kopfgeld ausgesetzt wurde Weil da müsste ich noch mal ganz kurz zurückgehen Und mir den Kopf holen Weil sonst wüsste ich nicht Da ist etwas Jaja Sonst wüsste ich nicht Was äh Dieser Nick Oder wie auch immer er hieß Für einen Sinn gehabt hätte Oder für eine Aufgabe hatte Okay Auch nur so ein unwichtiger Mensch Äh Ja Red Gehen wir über den Strand All right Oh Aber Ja Ich sag mal was so die Story betrifft Geht's ja nicht so wirklich voran Also ich mein Wir wissen zwar Dass wir irgendwie Brandas All right Oh Schergen so nach und nach Ausschalten müssen Aber gesehen haben wir Von denen eigentlich noch nicht wirklich einen Oder ich hab's ja noch nicht erkannt Und identifiziert Und Selbst bei den Äh Fabriken Sind's ja keine Ich nenne sie mal wichtigen NPCs da Also es sind ja auch nur irgendwelche Normalen Gegner gewesen Gesetz Och man Jetzt muss ich ja echt noch Ganze aufschließen Also was die Story betrifft Da geht's nicht so ganz voran Hab ich so das Gefühl Gucken ob wir hier vielleicht doch noch den einen oder anderen wichtigen Menschen Von dieser komischen Organisation finden Ja das sind auch wieder nur alles Wohnhäuser Oh Es nervt mich Jedes mal diesen letzten Typ zu suchen Ich geh einfach mal durch den Hintereingang Vielleicht ist der ja nicht verwanzt Aber bevor ich das Mein Gott Das sieht dreckreich aus Ach ja Wo ist er denn hingelaufen? Da oben Okay also hier kommen wir auch nicht rein Da ist auch niemand So dann gehen wir mal zur Apotheke Ja ich geh mal fest von aus Dass das hier auch zugeschlossen ist Naja es ist sogar offen hier Okay da kommen wir zum Glück mal rein Ohne Probleme First Aid Gucken wir aber nicht ins Hinterzimmer Was kann das sein? Okay da ist auch niemand drin Dann einmal hier lang Kralle Ich ziehe mal den Balkon an Ist Red hier schon durch? Red ist durch Ich höre ein Geräusch Kannst nicht identifizieren Mein Gott Also ich kann mir nur vorstellen Dass das Alarmanlagen sind Weil wer baut denn hier Sprengfallen An seine Wohnungstür Achso Hallo Optics Äh Explosives Okay das sind natürlich Bede genau die richtigen Okay hier ist auch niemand Kommen wir hier rein Hier kommen wir sogar rein Zeig den Müll raus zu bringen Ich werde dich in kleine Stücke hauen Mann Wieder so ein Special Typ Okay ist jetzt auch der letzte hoffentlich Alter da verschanzt er sich hier in diesem verkackten Haus Ah ja okay Wir haben es ja geschafft Aber wieder so ein Special NPC So jetzt gucke ich mal Bevor ich das vergesse Erste Sache die ich machen will Achso Nein Dazu muss ich vorher eins machen Meine Leistung ist auf ihrem Höhepunkt Und ich habe entsprechend meine Besoldung erhöht Ja Ja Richte Richte Tor Richte Richte so So du warst auf Platz 27 Bist jetzt auf Platz Ah es ist tatsächlich Es geht voran Platz 23 Also drei Plätze vorgerückt Wer ist eigentlich der Beste Trevor ist noch der Beste Raven ist auch schon ziemlich nach oben geschossen Können wir sowieso mal gucken Ob hier irgendwelche Leute sich noch verbessert haben Die hatten wir Schau her Kumpel Dann weißt du Dass du erst Asana kriegst Für dein Geld So das erhöht sich Und Raven nicht Okay Mal gucken ob Trevor Jetzt dann gestiegen ist Er war Platz 16 Ist jetzt Platz 16 Okay Das hat sich also gleich übernommen Scream Von den neuen Charakteren Könnte ich eigentlich auch mal So 1,2 noch organisieren Äh anheuern Wenn dann irgendwann Das Bankkonto Platzt Da waren wir Da waren wir Da waren wir Hier ist noch dieser Elektronikladen Oder sowas Und sonst Waren wir überall Guckt die Häuser Gucken wir jetzt nicht weiter an Wichtige NPCs Haben wir auch nicht Zumindest nicht Ich bin nicht sicher Du hast deine true Appreciaation Für meine Torrenten Okay ich weiß nicht Warum er das jedes mal sagt Vielleicht sollte ich ihn mal Auch versuchen In Anführungsstrichen Zu Verlängern Oh oh Okay hab ich Aufzusehen doch mal Das richtige Blick Was ist denn da los Ist hier was wichtiges drin Hallo Auch wieder ein unwichtiger Mensch Ich weiß zwar nicht warum das jetzt hier so Abgeschirmt ist Aber Weil hier ist ja auch nichts Außer Spesen Nix gewesen So Sehr schön 71 Ja okay AA 12 AA Gucken wir uns gleich an Erstmal machen wir das übliche Wir sammeln erstmal hier alles Wallets Ja zusammenstacken Tue ich den jetzt nicht Ist ja noch ganz übersichtlich Okay 12 Gorge Drum Flachet 12 Rounds Sieht aus wie eine Schrotflinte Kann das sein Ja Ist eine Schrotflinte Also unwichtig für mich Äh Hier ist auch nichts dran Nö Gut dann Die normalen Sachen Munition Nix dabei Da ist nix Was ist denn da Grenade Punch Okay Striker Pant Ja Die habe ich auch schon mehr als genug Die brauche ich schon gar nicht mehr Das müssen wir einmal nachmachen Und zwar war das Bei Trevor Weil Red Hab ich nochmal kurz Sich äh Verdingsen lassen hier Können wir eigentlich auch nochmal einmal mitnehmen Und alle nachrüsten lassen Äh Ja komm Irgendeiner der Platze hat Kralle Und der ganze Rest ist Nicht wichtig für mich Richtig Oh Sehr geil So eine Flex C-Weste 105 Merken wir uns Bleibt bei 105 Ähm Okay Verhalten wir die Da gibt es auch Unterschiede Bei dem Flex C-Westen Okay die ist sogar gleich 107 107 Okay die ist deutlich schlechter Die bleibt auch gleich Und die ist auch nochmal deutlich schlechter Äh packen wir trotzdem rein Haben wir auch schon 2 davon Äh ne Striker Pant Haben wir sogar schon 5 Und Striker Helme Haben wir jetzt auch schon 4 Ich weiß nicht ob ich die Irgendwann nochmal brauchen werde Aber Naja Lieber haben Als brauchen Der blöde Spruch So Kurz nachladen Und dann können wir Ja Auf jeden Fall schon mal anfangen In den nächsten Sektor zu gehen Auch wenn Gleich leider schon wieder die Folge Vorbei sein wird Dann geht es erst für euch Morgen weiter Für mich Ich werde gleich weitermachen Und dann schauen wir mal Ja hier Creeper gehen Ich habe Achso ja stimmt Ich habe übrigens auch alles zusammen gesammelt Ähm Muss ich mal kurz überlegen War irgendwas wichtiges dabei Also die Ausrüstung habe ich so ein bisschen Auf Vordermann gebracht Also auch was die Links betrifft Ja gut Das einzige hier der Helm Den könnte ich mal austauschen Aber Ja Lass ich jetzt Weil Thor bleibt einfach Unser Medic Ähm Waffen sind glaube ich Gleich geblieben Da gab es keine Neuerungen Oder hat jemand eine neue Waffe Ne Alle gleich geblieben Ja Sonst Munition habe ich ein bisschen aufgefüllt Aber sonst Gab es wirklich nichts Also war Nichts Spannendes dabei Achso genau Eins Mache ich noch Und zwar Hier Ne Quatsch Hier Auch nicht Hier Hehe Ähm Den hat man Das ist eine Frau Das Den hätte ich erkannt Dimitri Miguel Okay Also alle Dings Leute Flat Nikiki Ja 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 Okay Normalerweise würde ja auch der Kopf da liegen Ähm Gucken wir einfach mal Kalki Den Kopf Irgendwie Kopf Ich hab's Äh Ist das jetzt wichtig Oder irgendein Kopf von Bedeutung Oder kann ich einfach jeden köpfen Äh Ein Kopf Chris hat Chris's hat Okay Wir haben einfach den Kopf abgeschnitten Ohne dass es Sinn gemacht hat Ja Äh Tut mir leid Ja Einmal noch Geköpft Naja Aber wir wollen uns ja auch einen Ruf hinterlassen Wenn dann der abgetrennte Kopf daneben liegt Und unsere Milizen dann irgendwann hier den Sektor bewachen Und sich denken Alter Okay Den legen wir uns mal lieber nicht an In dieser Gegend ist Ärger vorprogrammiert Mit den Krankenquassern Alright Oh schon wieder So ein Häuserkampf Oh Okay Äh Wir fangen Im Gebüsch an Zeit den Müll rauszubringen Und erledigen kurz den ersten noch Komm Nehmen wir uns den anderen Ähm Wer ist denn das hier? Naja komm Ist egal Muss jeder hier mal schießen Äh Ernie 83 APs pro Schuss Okay Und die schöne Waffe Die sich so schön anhört Ach ne Von Trevor Das war die Waffe Das ist gut Das ist gut So Eins mache ich noch Und zwar alle hinlegen Raven geht mal hier hin Zack Focken Anvisieren Keinen sehen Zack So meine Lieben Done Okay Es sind ein paar mehr wieder Werden wir uns In der morgigen Folge Genau hier wieder sehen Wenn wir uns dann hier Durch den Stadtsektor kämpfen Am westlichen Rand von Drake Ich sage bis hierhin erstmal wieder Vielen Dank Für die Aufmerksamkeit Für euer Interesse Lasst einen Daumen da Wenn es euch gefallen hat Oder einen Kommentar Und Dann sehen wir uns Genau Zur nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao Und Tschüss Bis dahin Bis dahin Bis dahin